Die Sorte Tobak ist eine zuverlässige, sehr, sehr ertragsstabile und fallzahlstabile Sorte, die in den letzten acht Jahren im norddeutschen Klimaraum eine große Bedeutung gehabt hat und weiterhin hat. Die hat den Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bei vielen Landwirten zum Betriebserfolg beigetragen. Wer Tobak anbaut, den bitte ich, sich bei den Krankheiten aufmerksamer im Bestand mal umzusehen und eine Fusarienbehandlung, eine gezielte Ehrenfusarienbehandlung einzuplanen, dann ist bei Tobak einem großen Ertrag eigentlich nichts mehr im Wege stehend. Saatenunion. Züchtung ist Zukunft.